was geht ab leute sehen wir uns wieder da mit einer neuen folge let's play killing floor 2 so schauen wir uns mal an das machen wir nicht mehr überleben sondern diesen wöchentlichen ausbruch und zwar im schwarzwald öffentlich ja wir erlauben es mal auch laufende spiele vielleicht gibt es da irgendwie deutlich mehr und los geht's suchen suche ins bett das bäder gucken wir doch mal wie lange das dauert mich hat irgendwas gestochenes juckt die charaktere sehen schon im hintergrund echt ziemlich verstörend aus muss ich sagen und irgendwie scheint das ganze ziemlich lang zu dauern die 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 gestalten das Let's Bay doch ein bisschen um. Ich glaube irgendwie so ganz hat es hier keinen Sinn mit diesem alles auswählen beliebig, dass ich euch jede Map mal zeigen kann, weil sonst dauert es ja Jahre. Also auf jeden Fall gucke ich mal, dass ich euch vielleicht die Modis zeige, wenn sich jemand finden lässt. No? Ja! Okay, vielleicht wird es doch nichts mit allen Maps. Gucken wir mal. Ready! So und was muss ich da jetzt machen? Das sind halt zwei Leute. Ja gut! Super Spiel ist er auf jeden Fall. Ähm... Hm, ich glaube der ist tot. Ja, wir haben verloren. Ja, wir haben viel gemacht. Warten wir jetzt einfach mal auf die nächste Karte. Mal gucken was dann passiert. Ah, scheiß Stichel. Mann! Es irrt und stecht und... Ja, und wie geht's euch so? Boah, ich hab grad so ein komisches Wetter da draußen. Es ist irgendwie nichts ganzes und nichts halbes. Es ist nicht warm, es ist nicht kalt, es regnet nicht, es ist aber irgendwie ein bisschen duster. Ja, das Wetter spielt momentan ja ziemlich verrückt. Habe ich jetzt die Karte bestimmt? Ne? Okay. Irgendwie peinlich sei grad nicht so ganz. Ähm... Ready? Halt. Jede Woche ein neuer schwieriger Modus. Muskelprotz. Je größer sie sind, desto schwerer ist ihr Fall. In diesem Ausbruch leben Sets länger, werden größer und haben eine höhere Reichweite, wenn sie Spieler treffen oder von bestimmten Set-Fähigkeiten betroffen werden. Hä? Spiele diesen wöchentlichen Ausbruch, indem du den wöchentlichen Spielmuss auf der Spielmuss auswählst. Aha. Na dann. Hä? Hä? Oh, warte mal. Und den Status festlegen. Hm. Äh... Irgendwie rauf ich es gar nicht so ganz. Naja, wenigstens sind wir jetzt mal ein paar Spiele hier. Ähm... Das ist ja schon mal was. Ähm... BAM... 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 Entstand dich, Kopfel. Kein schlechter Anfang! Das haben wir uns auch lernen. Was ist denn diese mit Spucker? BAM... 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 in Usually jetzt k nichts Zeca nochmal geile Kamerafarben also ich glaube ich will jetzt diesem Spiel nicht haten es kann durchaus Spaß machen, wenn man es gerade vor allem seinen Leuten vielleicht zockt wieder mal, so wie bei Alienation schon ich glaube so Singleplayer-mäßig, also so halt ist es jetzt okay, ganz nett aber das Problem ist, man muss ja echt ewig warten, man kann ja nicht irgendwie wieder respawn oder sowas sondern man ist einfach hinüber mein Klaro, meine Schuld, ich habe schlecht geschossen, ich bin schlecht gelaufen und ab, ich vergesse mich frei ab trotzdem ist das irgendwie ein bisschen blöd vielleicht die restliche Runde zugucken, bis alle tot sind oder wir alle besiegt haben ich glaube, man kann sich lange in dieses Spiel reinzusetzen, bis man so richtige Ausrüstung und sowas hat ähm dann ist es bestimmt auch recht cool irgendwann mal aber ich glaube, das ist echt kein Spiel für mich so ich glaube, arg langweilig das Spiel nicht weiter treiben ich will jetzt noch diese Folge voll diesen Mut ausdruck hier und dann machen wir eine Folge mit dem anderen Modi mit dem PvP-Modi und ich glaube äh das war's dann schon mit Filling Floor 2 auf meinem Channel so megamäßig spaßig finde ich das ja jetzt gerade irgendwie nicht so muss ich sagen ist es okay man muss sich lange reinzusetzen jetzt weiß ich auch jetzt kommen auch die ganzen Hater in den Kommentaren äh du hast mir noch gar nicht im Spiel auseinandergesetzt äh da gibt es noch so viel in Levelsystem und Ausrüstungssystem und hier und da ja ja aber ich habe jetzt momentan auch nicht so wirklich die Lust vor für ähm mich ewig lang mit diesem Spiel auseinanderzusetzen vor allem, weil ich das halt als Let's Play Spiel das heißt, ich muss meinen Leuten hier auch was bieten, dass ich was zu bieten und ja es ist irgendwie überhaupt nicht so die eine Spielersuche hatte ich er gab gar nichts die andere Spielersuche war mittendrin das Ding schon beendet und die jetzt gerade okay bin ich halt schnell gestorben mein Fehler wie gesagt nein los geht es los 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 wu wu wuu also ohne Spiel hat auf jeden Fall Potenzial, das muss man ja sagen um mu ja gut dankeschön naja gut wenn die mal jetzt so ist dann machen wir jetzt schon diesen überlebensmodus und dann würde ich sagen war es das schon ab der zweiten folge mit killing floor ist nicht mein spiel muss ich sagen also es ist schon lustig irgendwie nicht falsch verstehen aber auf der einen seite ist echt ein bisschen zu wuselig okay das ist jetzt schon mal wieder irgendwie cool die büste das erinnere mich um jetzt die ein King's S um bisschen zu wuselig ein bisschen unübersichtlich wenn man so spielt so ein bisschen so mh ja okay hast du Glück kommt du hast du Glück kommt keinen guten Server rein wo schon fast beendet ist oder so was ich meine ist bei allen spielen so wo man selber suchen kann also es ist jetzt nicht irgendwie hier ein killing floor 2 problem aber wenn man selber ein startet wird das schwierig kommt kommt jemand weil ich glaube so viele spiele spieler spielen dieses spiel gar nicht mehr das war keine chance hast irgendwie wieder zu respawnen ich meine ich würde es ganz gut finden wenn du wenn dann teammitglieder wenigstens dich wiederbeleben könnten damit du halt wieder wenigstens dabei beschnitten schon zum zugucken nicht und weiß ja ich habe kein skill und blablabla deswegen sterbe ich halt so schnell muss so lange zu gucken ich war es vorher zielen kommentare wiederum schreibt ich sehe es auch nicht irgendwie atemberaubend und jetzt muss ich jetzt nur 30 sekunden warten na dann da ja gut 4 3 2 1 let's go was nein ich muss schon wieder warten 5 4 3 2 1 let's go ich bin ein zombie okay leicht schwer blocken wird ok aber hier spawne ich wenigstens wieder das ist ja schonaffe das ist mein modus der gefällt mir. Was bin ich denn jetzt? okay das hat ja schon wieder was naja gut und ich glaube diese Modus ist schon eher was, der ist schon ganz lustig wenn du so auch als Zombie spielen kannst. Das ist ganz cool. Ja wie gesagt Potenzial hat dieses Spiel auf jeden Fall aber irgendwie ist es nicht so hundertprozentig. Boah was bin ich denn jetzt? Boah Wiener Aha Wer hat mir reichen und blocken Boah 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 zwar jede Map mal zeigen, aber das wurde ja schon durch das Matchmaking irgendwie ja bevor ich jetzt jede Map halt alleine irgendwie da spiele nein danke, freuen wir uns lieber aufs nächste Let's Play Eben, ich mein Spiel tut mir echt, sorry, aber nein ähm ja, das war Killing Floor 2 wenn es euch gefallen hat, diese Folge und das Let's Play, lasst einen Daumen nach oben da und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Let's Play wieder bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein ciao